Und da sind wir wieder zurück bei Bully.de Ehrenrunde und wir gehen zur Chemie. Chemie 1. Ach so großartig. Oh, sowas bin ich ganz schlecht. Oh. Upsi. Letzte Chance, na dann. Ja, Chemie ist nicht so mein Ding. Zu früh. Durchgefallen. Ja, in Chemie war ich noch nie gut. So, der Hinterhalt haben wir jetzt. Aber da drüben ist auch irgendwas. So, wir nutzen das jetzt einfach, so die Zeit zwischen den Unterrichtseinheiten, um uns mal ein bisschen umzuschauen. Was ist denn hier jetzt? Hier ist die Cafeteria. Haben wir die Reden? Nö, die haben dich verjagt. Ja, die konnte ich doch jetzt benutzen. Benutzen. Ja, die sieht ja nett aus. Oh Gott. Aber ich kann sonst mit denen jetzt nicht wirklich reden, ne? Ach doch. Hey, what's up? What's up, man? Alter, ich wollte nur nett sein. Wir haben natürlich eine Aufgabe, das weiß ich. Aber ich würde lieber jetzt hier so ein bisschen rumlaufen, ne? Was machen wir jetzt auch? Laufen einfach mal ein bisschen rum und einkaufen. Da liegt noch so ein Gummiband, oder? Ne. Ach, ich kann mich hier verstecken. Ach, und hier kann ich Kleidung kaufen. Okay, wir gehen erstmal zum Unterricht. Das muss irgendwie hier sein. Englisch. Ich glaube, ich falle erstmal komplett in allem durch. Ne? Gute Idee. Hallo. Oh Gott. Das ist ganz schön aus dem Atem. Oh Gott. Buchstaben wählen mit A. Buchstaben Wleichen. Navigieren. Rt. Buchstaben Mischen. Und Y mit Informationen. Was muss ich machen? Das andere ist auch kein Englisch. Gibt es das Wort auch? Jawohl! Dann haben wir als. Lach. Nein. Wie nehme ich den Buchstaben zurück? Dann stelle ich mit X. Machen wir mal Lach. Sobald es das gibt. Lach. Das ist ja kompliziert. Lach. Wir mischen nochmal durch. Kalf. 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 Sch. Ja. Dann haben wir hier noch. Schal. Schal. Weiß ich. Schal. Hals. Schal. 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 haben wir schon. Schal. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja noch mal mischen. So, jetzt haben wir es. Ach du Scheiße. Wir fallen echt überall durch, ne? Das ist ja traurig. Kann man hier rein spielen? Ach, hör doch auf mich zu schubsen. Können wir trinken? Okay. Was ist mit dir, Baby? Okay, ist ja gut. Okay, wir gehen noch mal nach oben. Ja, also Schule lief jetzt nicht so gut. Ich hatte jetzt... Oh, ich probiere, ne? Ich habe das einfach nicht gesehen. Ich komme hier dran dran zu rein. Was ist denn hier? Oh! Ach, das ist für die Mädels. Das wusste ich ja jetzt nicht. Aber hier kommt ja keiner zum Glück. So. Hey, Püppi! Na? Ja? Die sind alle ganz schön zügig hier. Schloss knacken. Ja, komm. Oh, oh. Schnell, 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 schnell. Junge, der kommt gleich ums Eck. Und da haben wir jetzt noch mal raus aus dem Schneider. Hier kann ich ja mit dir auch mal quatschen. Hey, Mann. Du sagst mal, du hast die Hosen offen. Junge, immer nicht so großes Maul. Ja, I don't like you too. Arsch. Gut. Und? Ehrlich? Wie sind die alle so aggro? Ist ja voll ätzend. So. Guck mal, was die so am Angebot haben, ne? Die haben wohl nur dieses Schulzeug, nehme ich an. Das will ich nicht. Irgendwas cooles. Hier, wenn ich mit dir rede. Na hier, die mag mich. Weil ich ja Schokolade gebracht habe. Was ist denn? Hier? Die Eunice mag nicht. Okay. Dann halt nicht. Hier, Typ. Okay, da geht es weiter. Hm. Wollen wir weitermachen? Wir schauen mal kurz auf die Karte. Ja, Chemie und Englisch sind aber bei beiden durchgefallen. Schade. Na gut. Okay, so mal. Oh. So. Hey. Darf ich mich hier nicht losboxen? Doch, gar nicht. Oh, rennen. Junge, rennt. Ach du Scheiße. Das war jetzt nicht so schlau, glaube ich. Ja. Oh. Oh. Okay. 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 Alles klar. Was? Ich habe meine Gegenstände verloren? Ich habe doch hier bestimmt irgendwo ein Inventar, oder? Oh, die Schule schließt um 19 Uhr. Na toll. Ich bin auch noch bei Ellen jetzt hier. Unerlaubtes Betreten. Ey, das ist ja mies. Ich kann nicht verwöhnen, der mich so lange aufgehalten hat. Dein Bett ist ab 19 Uhr verfügbar. Folge des... Ah, jetzt ist dieser... Das ist ja mies, jetzt ist der Stern weg. Nur weil ich da so ein bisschen Spaß gemacht habe. Hey! Wurde? Das sind echt extreme Zicken hier, ne? So. Ich will mal hier rüber gucken. Kann ich jetzt eigentlich das Schuhgelände auch verlassen? Sieht nicht so aus, ne? Nee, der Bulli hält das nicht dazu. Okay. Trotzdem mal hier hinter gucken. Wie geht es denn hier so? Hier ist die Bibliothek. Okay. Was macht ihr hier? Was liegt hier? Hm. Finde ich nix. Kann ich in die Bibliothek rein? Ist bestimmt jetzt verboten. Warum kann ich denn das nicht rein? Doch, ich kann es auch nehmen. Ja, ich habe ein Ideal. Ja, ich bin bewaffnet. Komm, wir gehen jetzt doch mal hier rein. Ach so. Ist doch nicht erlaubt. Ist doch nicht erlaubt. Sag mal! Hier ist auch noch so ein Typ, ne? Okay. Kann ich jetzt in der Bibliothek machen? Nix, oder was? Oh, ne. Was ist denn das denn du so? Hi. Na siehst du, sie steht auch schon auf mich. Guck. Dreh mal nicht so schwungvoll. Ach, hier liegt noch so ein Gummifalzen. Okay, die verliere ich also nicht. Das ist schon mal viel wert. So, jetzt steht sie hier rum, ne? Jetzt haben wir sie komplett verwirrt. Kann ich benutzen. Oh, hab ich jetzt gemacht. Benutzen. Okay, nun sitzt sie hier durch rum. Gut. Sonst liegt jetzt hier nix. Dann einmal wieder nach unten. Wo ist sonst noch irgendwas? Weiß ja nicht, wie oft der junge Mann hier in die Bibliothek kommt. Was ist denn das? Eine CNG-Karte. Okay. Nehmen wir mit. Kein Problem. So, sonst ist hier echt tote Hose, ne? In der Bibliothek halt, ne? Kann ich hier einen Computer benutzen? Nein, kann ich nicht. Hm, gut. Machen wir auch mal hier. So. Dann können wir mal kurz hier gucken. Wenn wir irgendwas finden. Nö. Und hier hinten ist glaube ich auch nichts. Ne. Oh, Sperrstunde? Was? Okay. Dann flitzen wir mal hier rüber. Sperrstunde. Ja, yippie. Ach du Scheiße. Rennen, Junge. Rennen. Renn, Junge. Rennen. Rennen. Ja, niemand. Ich geh schon ins Bett. Kein Thema. Lalala. Zack. Folgt der mir jetzt? Ne, flitzt mir nicht. Sag mal. Oh, ne Ratte? Das ist ja geil. Oh, ich wollte hier treten, Mann. Ach. Gibt's doch gar nicht. Naja, dann geh halt weg. So. Ansonsten... Gibt's ja nix, ne? Schwarzes Brett. Da steht aber, glaube ich, nichts Neues dran. Cool. Das wissen wir schon. Na gut. Niemals schlafen, würd ich meinen. So, 16 Minuten sind los rumgerannt. Er nutzt dein Bett zum Schlafen. Punkt 8 Uhr wachst du wieder auf. Da ist Mama. Gute Nacht. Ach, wir hätten uns vorher noch umziehen können. Na egal. So, sprachst du dir früh so ein bisschen Zeit. Hier, hier draußen ist wieder ein Sternchen. Das geht nicht. Das ist aber gut hier, weißt du ja jetzt. So, komm her, Mann. So. Komm her, Mann. Jetzt geht's mal, wo ich da brauche. Das war Small. Punkt. So. Hast du was gelernt jetzt? Ja, ich bin okay. Alles gut. Ey, Mann. So, die Pisse. Ah, die sind jetzt wieder gekrügelt. Ey, sie geht's. Alter, die sind aber auch unfreundlich, ne? Gut. Oh. Wir flitzen uns im nächsten Unterricht. Das ist ganz schön streck hier, ne? Wir werden natürlich auch noch schwänzen. So ist es nicht. Okay, wir gehen mal rein. Es ist oben. Ja, nur aber flott. Nein, dann kommst du spät. Was gibt es heute? Kunst. Da schauen wir uns doch Kunst noch mal an. Was ist denn das für ne Pornodarstellerin? Lehrerin. Ach du scheiße. Was? Nee, bitte. Ach so, ich verstehe. Okay. Noch mal. Ja, klar, bei der Lehrerin muss er ja bestehen. Ja. Klar, Kunst ist mein Lieblingsfach. Du kannst jetzt gegen Geschenke einen Kuss erhalten. Drücke A, um Angie die Blumen zu schenken. Und ab geht er. Ja, komm hier. Haha, du bist so schade. Na dann. Du musst dir in Süßigkeiten oder Blumen schenken, okay? Hier, ein Mädchen. Lass mich doch in Ruhe an, ich will die Rothaarie. Zieh dich ordentlich an, sonst küssen dich die Mädchen nicht. Kann man noch was fürs Leben lernen hier, ja? Kann ich das hier lesen oder warum ist das? Ach so, du weißt direkt, ob du groß bist. Tag, Tag, Tag. Ach, hier kann ich speichern. Und das machen wir auch schnell. Und beenden die Folge. Wir haben 1,83 Prozent des Spiels geschafft. Ja, liegt daran, dass ich die ganze Zeit nur doof am rumrennen bin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Eure Phoenixa. Bis zum nächsten Mal.